Ich bin Silvia Bühler, ich bin Archivarin im Staatsarchiv des Kantons Bern und in der Gosteli Stiftung. Die Stiftung wurde 1982 von Marte Gostelicke geründet, als Trägerin des Archivs zur Geschichte der Schweizerischen Frauenbewegung. Die Stimmrechtsbewegung ist natürlich den meisten Leuten bekannt, aber wie viel mehr noch dahinter steht, das habe ich erst eigentlich durch meine Arbeit jetzt hier realisiert. Man kann eigentlich sagen, wir sind hier wirklich das Gedächtnis der Schweizer Frauen. Ich habe im Staatsarchiv ein Praktikum gemacht, das hat mir wirklich nochmals eine neue Welt eröffnet. Es ist schon die Faszination, dass wir in den Archiven mit den Dokumenten aus der Geschichte, dass wir die für die Zukunft sichern und damit auch in die Zukunft führen. Ein besonderer Teil der Vermittlungsarbeit ist natürlich, wenn wir bei Ausstellungen mitarbeiten können. Gerade im Moment haben wir eine Ausstellung am Laufen. Die Ausstellung konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Kornhaus Forum hier realisieren. Und das sind Fotografien, die bei uns im Staatsarchiv aufbewahrt werden. Die Ausstellung konnte verlängert werden um zwei Wochen, weil das Publikum so grosses Interesse gezeigt hat. Und es freut uns natürlich sehr, dass unsere Materialien in der Öffentlichkeit dann auch wieder so wahrgenommen werden. Das Curriculum hat mich fasziniert, weil es vielseitig ist und weil es eine konkrete Berufsausbildung ermöglicht hat. Das Studium schweißt dann schon zusammen. Wir sitzen alle im gleichen Boot und haben da wirklich Freundschaften entwickelt, die bis heute halten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020